Offiziell präsentiert von der EVA Auto Classics, Eyes on Target und unseren Partnern Geco Ammunition und VfG Weapon Care. Hallo ihr da draußen, ich bin Alex, unterwegs für Luride Media, immer noch auf der EVA 2023 und immer noch am Stand von Peterson Gunworks. Hier sind so viele geile Sachen, die müssen wir einfach zeigen. Nämlich auch immer noch der Alex von Peterson Gunworks. Hallo Alex, was hast du noch geiles hier? Wir haben noch ein kleines Line-Up an AR-Vorderschäften. Wir bieten die also in so einer Art Ultra-Light-Ausführung an. Einmal für 14 Zoll und einmal für 10 Zoll Länge, für die langen und kurzen. Und die sind halt super leicht, wiegen 350 Gramm oder leichter. Das ist leicht, das ist leicht. Und vor allen Dingen halt auch in einer anscheinend freien Version verfügbar. Das heißt also, keine Rails mit der Möglichkeit eine Rail zu montieren und mit einem BKA das zu klären. Klasse. Aber so erstmal umgebohrt. Wir haben PIKARATES zum Draufmachen und ja, wie gesagt, einzigartiges Design. Dann bin ich mal kurz eins in die Hand, weil das ist wirklich leicht. Supergeil. Ich danke dir, dass du uns das gezeigt hast. Ja, kein Thema. Und wenn ihr euch dafür interessiert, guckt bitte unten in der Info nach. Wir haben alles verlinkt. Liked dieses Video, abonniert unbedingt den Kanal und wir sehen uns wieder in einem anderen Video. Ciao. Das war's. Bis zum nächsten Mal.